Hallo ihr Lieben, heute wende ich mich an euch mit einer super, super, super schöne Neuigkeit. Und zwar habe ich in den letzten Wochen mit meinem Mann zusammen ganz viel gearbeitet an einer Website, die euch praktisch die Möglichkeit gibt, alles auf einer Seite zu finden. Und zwar, welchen Vorteil hat diese Website für euch? Ihr findet auf dieser Seite aktuelle Rezepte, aktuelle YouTube-Filme. Ihr könnt jedes Rezept als PDF ausdrucken. Ihr findet die aktuellen Gastgeschenke, die für den Monat gelten. Ihr findet die aktuellen Angebote, die es dann zu dem Zeitraum bei Pemperchef gibt. Ihr könnt ein Newsletter kostenlos abonnieren und ich werde dann zukünftig einmal im Monat ein Newsletter mit einem Rezept des Monats und mit aktuellen Neuigkeiten an euch versenden. Ihr habt wirklich, ich habe, oder wir, nicht ich, sondern wirklich großen Dank an meinem Mann, der mich da so unterstützt hat. Wir haben die Rezepte einmal als Komplettübersicht und wir haben die aber auch nochmal kategorisiert. Also zum Beispiel, wenn ihr nur Brotrezepte sucht oder auch nach Formen, wo ihr Rezepte zu den einzelnen Formen findet. Ja, ich bin ganz, ganz stolz, dass ich euch das jetzt so anbieten kann, weil ich glaube, dass es wirklich eine große Erleichterung für euch ist. Weil ich habe ja die einen Leute, die sind in meiner Rezeptgruppe bei WhatsApp, die einen auf YouTube. Bei YouTube kann man die Rezepte halt auch nicht als PDF ausdrucken und weiß nicht, welche Monatsgeschenke es gibt. Und so habt ihr wirklich alles auf einer Seite. Das wollte ich euch feuerstolz mitteilen. Ich werde euch am Ende dieses Films den Link zu meiner Homepage einstellen und auch nochmal unten in der Infobox einstellen. Ihr braucht euch praktisch diesen Link nur abspeichern und da könnt ihr dann jeden Tag reingucken. Ist ein neues Rezept eingestellt oder wollt ihr vielleicht ein älteres Rezept nachkochen oder wollt ihr euch das als PDF ausdrucken oder abspeichern? Wollt ihr wissen, welches Monatsgeschenk es gibt ab 85 Euro unten? So habt ihr alles auf einer Seite. Ich bin ganz stolz, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich von euch ein Feedback bekomme, wie euch die Seite gefällt. Und ja, hoffe, dass es so für euch auch eine Erleichterung ist, dass ihr alles über eine Seite finden könnt. Bis bald, ihr Lieben und bitte gebt mir ein Feedback, wie euch die Seite gefallen hat. Bis bald, eure Judith. Tschüss!